Wir werden uns heute alle 60 Sekunden in einen neuen Sonic verwandeln. Und ich weiß nicht, was ich hier gerade im Wasser mache, Leute. Ich bin jetzt hier gerade als der Sonic gekommen. Ich bin einfach, was? Sonic als Heil-Version. Ich hab hier so eine kleine Floss hinten dran, Leute. Oh Gott, aber der Timer läuft. Das heißt, wir sollen uns überweilen und müssen probieren, zu der geheimen Box zu kommen, die sich auf der anderen Seite der Karte befindet. Und man darf nicht vergessen, dass jeder Sonic eine spezielle Fähigkeit hat. Und ich glaube, der kann wahrscheinlich hier unter Wasser die Luft unendlich anhalten. Aber mehr auch leider nicht. Der kann schon ein bisschen schnell sprinten. Aber er ist halt so ein Sonic-Hai, Leute. Und ich glaube, dass wir mit dem jetzt nicht so krass vorankommen werden. Deswegen erstmal aus dem Weg jetzt hier. Ich bin ein Sonic mit Kiemen. Ey, wir haben nicht mehr viel Zeit, Leute. Wir müssen uns überweilen. Wir werden auf jeden Fall gleich zu einem anderen Sonic verwandelt werden. Und ich bin echt gespannt, was wir als nächstes haben. Weil heute werden wir die verrücktesten Sonics haben. Und wir müssen es schaffen, bis zum Ende der Karte zu kommen, bevor unsere Sonics ausrennen. Denn wir haben nämlich nicht unendlich Sonic-Figuren, Leute. Und ich hoffe, dass ich auf jeden Fall das davor schaffen werde. Und das Ding ist... Oh Gott. Der Timer, Freunde. Der Timer. Wir verwandeln uns. Oh mein Gott. In fünf, vier, drei, zwei, eins. Wow. Alter. Ey, Leute. Ist denn jetzt hier passiert? Ich bin einfach Sonic mit Pogoschuhen. Bedeutet das, dass ich jetzt hier hoch springen kann, oder was? Yo, Leute. Alter, ich habe einfach so Pogoschuhe an. Kennt ihr das hier? Die Leute, die mit so den Dingern so loslaufen. Okay, das heißt, jetzt haben wir auf jeden Fall... Oh yeah. Gute Möglichkeiten. Um jetzt hier mit Sonic... Ei, ei, ei. Richtig, richtig viel. Zack. Oh nein. Ich bin ins Wasser gefallen. Kann er schwimmen? Er kann nicht schwimmen, Leute. Schnell, schnell, schnell hier raus. Ganz schnell raus. Und hochklettern. Und rüberspringen. Sonic, bam. Über die ganzen Häuser rüber. Ha, ha, ha. Oh nein, Leute. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. So, komm schon, Sonic. Am besten seht ihr euch über dieses PD rüber. Und spring mit deinen coolen Schuhen. Oh yeah. Hat er noch irgendwelche anderen coolen Fähigkeiten? Ich teste mal ganz kurz aus. Okay. Super schlagen hat er auf jeden Fall leider nicht, Leute. Und schnell ist es jetzt auch nicht wirklich. Aber wir können das ausnutzen, Leute, mit diesen heftigen Pogosticks. Ah, ha, ha. Da guckst du, ne? Ey, Leute. Das macht auf jeden Fall übertrieben viel Spaß. Ich bin echt gespannt, was wir als nächstes für einen Sonic haben. Und ich sehe gerade, wir haben nicht mehr viel Zeit, Leute. Wir haben nur noch acht Sekunden. Oh, Leute. Nein, fünf Sekunden. Oh nein. Wir werden uns gleich verwandeln. Locker jetzt hier in der Luft. Wow. Was ist denn das jetzt, Leute? Wir sind ja einfach mega fett. Und ich kann nicht wirklich schnell laufen, Leute. Das ist das Schnellste, was ich machen kann. Kann ich springen? Äh, ich kann gar nicht springen, Leute. Ich bin viel zu dick als der Babysonic. Guckt mal die Wangen an. Ey, Hilfe, Leute, Hilfe. Kann ich irgendwas machen, Leute? Kann ich irgendwie irgendwo was hinsetzen? Ich glaube, ich kann wahrscheinlich hier irgendwas auskacken, Leute, was ich jetzt gerade drin in mir habe, ne? Okay, warte. Ich werde mal ganz so ziel zum Gebüsch gehen, Freunde. So, und jetzt ganz kurz hinsetzen jetzt hier. Oh, jetzt wird hier ein dicker Haufen gesetzt. Oh, ey, da habe ich auf jeden Fall gut was hingesetzt. Guck mal, wie viel ich jetzt abgenommen habe gerade, Leute. Und da, da ist einfach unser Haufen. So, ich würde nicht zu nah rangehen. Und sie auch nicht, Madam. Der ist nämlich ein bisschen, äh, ja, heurisch, würde ich sagen. Guckt mal, wenn man da zu nah geht, Leute. Oh, explodiert einfach unser Kackhaufen. So aus dem Weg. Ich kann jetzt schon auf jeden Fall ein bisschen schneller springen mit dem, Leute. Kann ich mit dem auch schon springen? Ja, aber wir können mit dem noch nicht so wirklich hoch springen, weil wir auf jeden Fall noch ein bisschen Kilos drauf haben, Freunde. Ey, ich hoffe, wir werden auf jeden Fall gleich so einen besseren Sonic. Wir haben auch nur noch 10 Sekunden, Leute. Aus dem Weg jetzt hier. Aus dem Weg. Oh, Leute. Ich sage es so, wie es ist. Als dickerstes Baby-Sonic unterwegs zu sein, ist auf jeden Fall nicht ganz einfach. Deswegen, wir upgraden jetzt auch schon. Wow. Wow. Oh, Alter. Guckt mal, Leute. Hä? Ich habe voll viel abgenommen. Jetzt bin ich wieder dünn, aber meine ganze Haut hängt drunter, Leute. Nein. Okay, ich habe eine Idee. Wir müssen jetzt auf jeden Fall weiterlaufen. Habe ich jetzt hier irgendeine krasse Fähigkeit näher? Aber ich glaube, ich bin richtig stark, Leute. Das heißt, wir müssen jetzt probieren, ein bisschen Muskeln aufzubauen mit Baby-Sonic. Oh, Gott, Leute. Ja, komm schon. Ein bisschen noch mehr. Oh, yeah, Freunde. Okay. Ich werde sogar dabei laufen und Muckis hochheben, Leute. Komm schon. Jawohl, Sonic. Jawohl. Ein bisschen weiter die Muskeln hochheben. So muss das sein. Hey, was passiert denn jetzt schon? Der Timer ist doch noch gar nicht um, Leute. Irgendwas passiert gerade. Oh, yo, Leute. Ich bin einfach Sonic Baby, aber mit richtig vielen Muskeln. Hä? Kann ich jetzt irgendwas Krasses machen? So, warte. Ich habe jetzt, glaube ich, genug trainiert. Kann ich irgendwas Cooles machen? Hallo. Ist hier jemand? Ich will ein bisschen austesten. Oh, Leute. Wir sind auf jeden Fall... Ey, guck mal. Wir sind ein bisschen schneller, Leute. Also unser Baby-Sonic jetzt mit den Muckis ist auf jeden Fall echt sehr, sehr gut hier am Start. So, aus dem Weg jetzt hier. Alter, Leute. Wir sind ja richtig crazy unterwegs. Ich strahle auf jeden Fall irgendwas Krasses aus. Yo, was? Hä? Leute, unser Baby-Sonic hat anscheinend richtig, richtig krasse... Guck mal, warte mal. Hier, guck mal. Boom. Was? Boom. Leute, unser Baby-Sonic ist richtig crazy unterwegs. Aber nein, wir haben nur 50 Sekunden. Oh, 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 oh. Gott, guck mal, die armen Autos. Wie die wegfliegen, Leute. Okay. Oh, nein, Leute. Der Timer. Wir machen hier alles kaputt. Das will ich doch gar nicht. Und wir upgraden jetzt, Leute. Drei, zwei, eins. Wow. Was ist denn das jetzt, Leute? Wir sind einfach der athletische Sonic. Guck mal, wie wir aussehen, Leute. Pass auf, kann jetzt auch... Ich kann sogar auch hochspringen. Wie cool ist das denn? Okay, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen weiter jetzt hier gehen, Leute. Weiter voran in der Stadt. Äh, ja. Aus dem Weg. Oh nein, ich bin im Wasser. Aber, Leute, ich kann mit dem sogar richtig schnell schwimmen. Seht ihr das? Ey, Leute. Der Sonic ist da richtig crazy. Wir sind hier richtig durchtrainiert. Wow. Oh, Leute. Das ist so cool gerade. Oh, sehr gut. Ich frage mich jetzt gerade echt, was wir als nächstes für einen coolen Sonic haben werden. Oh, so. Wieder gut gelandet, Leute. Wir haben auf jeden Fall nicht mehr viel Zeit. Und dann werden wir schon wieder geupgradet zu einem nächsten Sonic, Leute. Oh Gott, jetzt komm schon. Sprinte um dein Leben, Sonic. Nimm alles mit, was geht. Ja, spring so hoch, wie du kannst. Er kann leider noch nicht so krass hochspringen, muss ich sagen, Leute. Ich hoffe noch auf jeden Fall auf was Krasseres. Aber wir upgraden, Leute. Drei, zwei, eins. Wow. Was ist denn das jetzt, Leute? Wir sind einfach jetzt gerade zu so einem Vampir oder so geworden. Kann ich jetzt mit dem irgendwie krass... Oh, oh, oh. Was war das jetzt gerade? Oh, ich kann gerade mit meinem Flügel nicht so krass fliegen. Warte, ich muss, glaube ich, nochmal probieren. Wow. Yo, Leute. Ich kann mit dem auf jeden Fall ein bisschen, ja, mehr oder weniger fliegen. So, warte. Hier mal ganz los wieder. Pew. Pew. Oh, mein Gott. Leute. Wie cool ist das denn? Ich kann mit dem einfach richtig weit voranfliegen, ne? Oh, Achtung. Ich bin ein richtig krasser, starker Sonic mit den Flügeln. Oh, oh. Und ich habe auch keinen Fallschaden, Leute. Was in jeden Fall auch sehr krass ist, weil wir halt so krassen Muskeln haben, ne? Und springen. Oh, komm, schon ein kleiner Schub. Oh, jawohl, Leute. Wichtiger Schub jetzt gerade. Komm schon ein bisschen weiter nach vorne. Flieg um dein Leben, Sonic. Nein, 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 nein. Wir verworren uns gleich schon wieder, Leute. Oh, ich rutsche hier runter wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Sack Kartoffeln. Und warte. Oh, nein, nur fünf Sekunden, Leute. Nein, drei, zwei, eins. Oh, wir upgraden. Oh, yo. Was ist denn das für ein Ding, Leute? Guckt mal, wie wir aussehen. Wir sind einfach so ein richtig krasser Sonic, Alter. Und springen. Yo. Was? Er kann sogar auch ein bisschen fliegen, Leute. Was geht bei dir ab? Achtung, voll sprinten, Leute. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier schnell zum Wasser. Und ich hoffe, dass wir gleich ein gutes Upgrade bekommen, dass wir quasi dieses Wasser durch können, Leute. Ja. Oh, ja, Leute. Aha, der kann aber nicht so besonders gut fliegen, muss ich sagen. Ich kann mit dem aber auf jeden Fall mich so ein bisschen bücken, Leute. Und ich glaube, dadurch kriegen wir so eine kleine Forz-Power. Oh, ja. Jawohl, habt ihr es gerade gesehen, Leute? Wir hatten gerade eine kleine Forz-Power. Oh, oh. Vorsichtig, Sonic. Ganz vorsichtig. Und bloß, warte, bloß nicht doof landen. Ja, alles entspannt. Ey, was ist das für ein krasses Ding? Fliegen. Wow. Und, Leute, ich glaube, wir müssen da vorne jetzt mal schnell zum Wasser hin. Denn ich sehe gerade, wir werden gleich schon wieder upgraden, Leute. Oh, kann ich mit dem Ding jetzt nicht landen? Ja. Gut, wir landen jetzt. Oh, nein. In fünf Sekunden upgraden wir. Leute, drei, zwei, eins. Wow. Was ist denn das hier für ein Ding, Leute? Moment mal. Ich bin einfach jetzt gerade ein Hai, Leute, mit einer Hai-Flosse. Als Sonic mit einem Hai-Kopf, hä? Bedeutet das, dass wir jetzt hier über diesen Alarm-Musee richtig, richtig schnell rüberschwimmen können, Leute? Das ist ja auf jeden Fall jetzt gerade echt richtig praktisch. Weil ich bin echt gespannt, Leute, was sich in dieser geheimen Box da drin befindet, ne? So, komm schon jetzt. Am besten jetzt hier einmal ganz kurz. So. Und kann ich jetzt hier schnell schwimmen, Leute? Das wäre auf jeden Fall jetzt optimal. Und der Hai ist ein Schnellschwimmer, Leute. Guckt mal hier. Wie schnell der einfach am Schwimmen ist, ne? Wie ein Athlet, Leute. Die, 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 die. Oh, hier. Da können wir auch schon unsere Flosse oben rausgucken lassen. So ein bisschen, ne? Oder so ein kleines bisschen da drin, oder? Ich schwimme jetzt auf jeden Fall so schnell. Es geht rüber, Leute. Wir haben aber nur noch 20 Sekunden Zeit. Nein. Man muss sich echt nicht richtig beeilen mit dem Ding, ne? So. Ich bin jetzt hier fast übers Wasser rüber. So. Einmal ganz kurz. Hier noch lang. Genau. Oh, Leute. Die Zeit, ey. Die drückt auf jeden Fall schon. Komm schon jetzt. Spring hoch. Nicht klettern. Spring doch. Was macht der denn? Oh, nein, Leute. Wir verwandeln uns. Wir verwandeln uns in einen neuen Sonic. Wow. Wow. Yo. Was ist denn das hier für ein Ding, Leute? Ey. Ganz kurz mal vom Motorrad runter. Hallo. Ich bin der krasseste Sonic und ich mache alle kaputt. Ho, ho. Mit den Armen, Leute. Da ist er gelandet. Und, äh. Ey, der steht noch auf. Alles gut, Leute. Kein Problem. Dann lassen wir es hier. Wow. Wow. Was ist denn das für ein Teil, Freunde? Alter, wie hoch können wir mit dem Teil fliegen? Das ist ja unnormal. Okay. Jetzt am besten hier vorne mal und chillert landen, Leute, mit dem Ding. Und dann schön einhaken auf den Boden, Leute. Mit diesen, äh, äh, mit diesen Spinnenarm jetzt hier. Oh, oi, 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 Leute. Das ist auf jeden Fall jetzt hier gerade richtig, richtig crazy, ne? Oh. Oh, die Zeit, Leute. Die Zeit. Und einhaken. Ja. Auf den Boden. Gut eingehakt. Beeilung jetzt hier, Leute. Wir haben nicht mehr viel Zeit jetzt hier. Und da vorne sind wir schon die Insel mit der geheimen Box da hinten drauf, ne? Und zwar, äh, ganz da hinten, Leute. Ja, ich sehe die Box auf jeden Fall noch nicht. Oh, Leute. Ich glaube, wir upgraden uns gleich schon wieder an fünf Sekunden. Oh, guck mal. Wie schnell jetzt hier der Sonic sprintet, Leute. Nein. Zwei. Eins. Wir upgraden. Wow. Was bin ich denn jetzt hier, Leute? Ich bin anscheinend Werwolf Sonic. Und ich glaube, der kann locker easy. Guck mal jetzt hier. Der fliegt los. Was? Wie fliegt der denn, Leute? Das sieht ja unermal krass aus, ne? Und ganz dahin ist ein ganz, ganz kleiner gelber Punkt. Ich hoffe, auf jeden Fall, das ist die geheime Kiste, Freunde. Ey, ich sage euch, der Werwolf ist ja auf jeden Fall sehr, sehr gut am Start. Mal gucken, ob wir hier mit dem auf dieser Insel landen können, Leute. Dass wir die komplett GTA überquert haben. Ey, das ist so crazy, Alter. So, pass auf, warte. Werwolf. Da vorne ist der Lucky Block, Leute. Ich bin echt gespannt, was da drin sein wird, ne? Ey, ohne Spaß, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was da drin sein wird. Lasst uns auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da freuen, dafür, dass wir jetzt gerade die komplette Karte überquert haben. Und jetzt bin ich gespannt, was sich hier in diesem geheimen Lucky Block befindet. Deswegen, ich habe auf jeden Fall mein Werkzeug am Start. Und wir werden jetzt die Box öffnen, Leute. Und zwar auf drei. Und wir müssen auf jeden Fall alle ein Like und ein Abo da lassen, Leute, auf drei. Also, eins. Wow, das war auf jeden Fall nicht gewollt. Ich muss jetzt schnell wieder zurückgehen, Leute. Ei, 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 ei. Eins, zwei. Und, äh, warte, man sieht nichts. Es muss zum First Person gehen. Und drei. Wow, Leute. Guckt euch das an. Was geht jetzt hier ab? Leute, es ist ja einfach ein Brennen. Ey, Leute, es ist einfach hier der goldene Sonic, Leute. Was? Der sieht ja richtig crazy aus, Alter. Wir haben jetzt einfach bekommen. Das ist, glaube ich, der teuerste Sonic, den man sich vorstellen kann. Wenn ihr davon im Video noch mehr sehen möchtet, Leute, dann lasst auf den Video gerne einen dicken Daumen hoch oben da, wenn wir uns noch mit anderen Charakteren verwandeln sollen. Checkt unbedingt die beiden Videos aus. Haut da rein. Bis morgen. Ciao, ciao.